Natürlich sind wir erstmal mit dem Ergebnis zufrieden. Wir wollten natürlich aufgrund der Situation, weil wir in den Rückrunden schlecht gestartet sind, wollten wir natürlich drei Punkte mitnehmen. Das Ergebnis natürlich gut ist und vorne sehr stark ist, war uns natürlich bewusst, mussten uns ein bisschen darauf einstellen, konnten deswegen nicht aus dem Vollen schöpfen, weil wir natürlich auch viele Verletze haben oder andere Ausfälle und sind natürlich mit wenig Leuten hier angereist und mussten natürlich gucken, ob wir unsere Kräfte ein bisschen mobilisieren und von daher haben wir natürlich gehofft, dass wir hier zumindest einen Punkt mitnehmen. Ein schweres Spiel, jeder Sonntag ist ein schweres Spiel hier. Wir haben im Moment keine glückliche Phase, wir sind halt viel, arbeitsbedingte Ausfälle haben wir, wir haben viel berufliche, also berufliche Arbeits- und Verletzte auch halt. Ist schwierig und der Gegner hat es zwar gut gemacht, gut die Konter ausgefahren, halt die Unruhe in unserer eigenen Mannschaft ausgenutzt und die Tore gemacht dementsprechend. Hinten relativ gut standen, natürlich kam der Gegner zu der einen oder anderen Chance, wo wir natürlich ein bisschen Glück hatten vielleicht. Und an sich hätten wir vorne vielleicht noch ein bisschen klarer spielen können und unsere Stärken in der Offensive noch ein bisschen einbringen können. Oder wir hätten vielleicht ein bisschen den Sieg ein bisschen klarer machen können, wo wir nicht so viel zittern müssen. Wir sollten einfach wieder zu unserer alten Stärke zurückfinden. Ich meine, die Hinrunde hin kannte uns jeder für unsere Offensivstärke, waren wir berüchtigt. Wir sind halt offensiv stark, wir sollten uns in der Defensive wieder ein bisschen mehr fassen, so dass jeder mitmacht, jeder wieder hinterherläuft dem Ball, die kurzen Dinger macht und dann haben wir unser altes Spiel wieder. Das ist natürlich normal. Bei so einem Spielstand in den letzten Minuten oder die letzten paar Minuten wifft man halt normales nach vorne und von daher ist das Ergebnis halt jetzt so 2-1 für uns natürlich glücklich.